Die Flugeigenschaften der neuen Cessna C182 Sport von Yuki Model sind überragend. Überragend sind aber auch der Preis und der hohe Vorfertigungsgrad des Hochdeckers. Für ca. 149 Euro UVP ist das geschäumte Modell über den Fachhandel verfügbar. Alle Antriebskomponenten und Servos sind ab Hersteller eingebaut und zum größten Teil bereits angeschlossen. Der Zusammenbau des Modells ist daher ein echtes Kinderspiel und tatsächlich in einer halben Stunde erledigt. Sogar echte Modellbauleien werden durch die sehr gut bebilderte Anleitung während der Montage auf kein Problem stoßen. Dank stabilem Dreibeinfahrwerk sind Starts von kurz gemähten Graspisten kein Problem für das nur 950 Gramm leichte Modell. Gesteuert wird die Cessna über vier Kanäle, die beiden Querruder-Servos werden dabei über ein Y-Kabel am optionalen Empfänger angeschlossen. Einen ausführlichen Test über die neue Cessna C182 Sport von Yuki Model gibt es ab sofort auf rc-modellscout.de. Dreibeinfahrwerk. 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 Dreibeinfahrwerk.